Hallo und herzlich willkommen! Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 21. Heute ist Donnerstag, der 18. Oktober. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder mein toller Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis! Hallo Sascha! Schöne Grüße aus Hildesheim. Lustigerweise nicht mehr lange, ne? Ich bin ja jetzt nur noch, lass mich lügen, so nicht mal einen Monat mehr hier in Hildesheim und dann bin ich in Rostock. Also von daher bin ich dann auch im Norden, so wie du, aber wir gucken mal. Dann kommt dieser Podcast komplett aus Norddeutschland sozusagen. Obwohl er das ja vorher auch schon getan hat, ne? Nein, also laut offiziell ist die Grenze des Nordens ab Hannover und runter ist nicht Norden. Ja, da wollen wir mal nicht so eng sein. Das hatten wir ja in der letzten Folge dann irgendwie auch schon. Ja, wir haben heute ein kleines Schwerpunktthema, denn der Eurovision Song Contest geht ja im Mai nach Tel Aviv. Nach langem Hin und Her, ob nun Jerusalem oder Tel Aviv die Host City werden wird, hat man sich jetzt vor etwa vier oder sechs Wochen dazu entschieden, nach Tel Aviv zu gehen. Und ja, da haben uns, haben sich Dennis und ich uns gefragt, ja, was ist das eigentlich für eine Stadt? Was ist das eigentlich, dieses Israel? Kann man da überhaupt hinfahren? Und wir haben eigentlich so gar keine Ahnung und deswegen haben wir uns heute einen ganz tollen Gast eingeladen, nämlich die Becky. Hallo Becky. Hallo und liebe Grüße aus Potsdam, etwas weiter östlich als ihr. Oha, ja, hallo. Ja, das Ganze ging ja los. Du hattest einen neuen Feiertagskalender für Israel, hattest du gepostet. Ich glaube, bei Instagram war das, glaube ich. Ja, das kann sein. Den habe ich auf der Arbeit produziert und immer wenn dann so Druckerzeugnisse fertig sind, dann zeige ich die auch gerne. Ah, schön. Und dann habe ich mich auch gleich animiert gefühlt, weil du dazu aufgerufen hast, wer möchte auch so etwas. Dann habe ich mich gleich bei dir gemeldet und habe auch prompt, also es hat nicht lange gedauert, da hatte ich dann diesen tollen Kalender im Briefkasten. Und da haben sich dann Dennis und ich natürlich dann gefragt, ja, wo könnte denn eigentlich der ESC dann eigentlich terminlich stattfinden? Denn Israel hat ja so viele Feiertage. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, das sind halt so viele und dann gibt es aber einen Teil davon, sind dann immer nur halbe Arbeitstage. Deshalb wirkt es erst mal erschlagend. Also viel weniger arbeiten, als wir hier in Deutschland tun, tun sie auch nicht. Also es sind nicht viel mehr arbeitsfreie Tage insgesamt, aber es sind halt insgesamt sehr viele vereinzelte Tage und so. Und du sagtest, das hast du auf der Arbeit gemacht. Was ist das für eine Arbeit, die du machst? Ich arbeite beim Koordinierungszentrum für deutsch-israelischen Jugendaustausch. Das ist eine Bundeseinrichtung vom Jugendministerium. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal vom deutsch-polnischen oder deutsch-französischen Jugendwerk gehört. Das sind so die großen Player in der internationalen Jugendarbeit, was die bilaterale Zusammenarbeit angeht. Die Bundesregierung hat insgesamt fünf Schwerpunktländer. Das sind Russland, Polen, Tschechien, Frankreich und eben Israel. Und seit 2001 gibt es uns und wir organisieren, dass Leute, die mit ihren Jugendgruppen, mit ihrem Jugendclub, Sportverein, was auch immer, einen Austausch gerne mit einer israelischen Gruppe machen wollen, dass die pädagogische Materialien an die Hand kriegen, zum Beispiel zum gemeinsamen Erinnern oder zur Diversität in den Gesellschaften und so weiter. Wir beraten die bei der Partnerfindung und dabei, wie man eigentlich so einen Austausch aufbaut. Und natürlich gibt es bei uns auch Mittel, die man beantragen kann, wenn man so einen Austausch finanzieren will. Und du machst da so etwas wie Öffentlichkeitsarbeit oder so? Genau, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit. Also Website, Social Media und eben so hübsche Druckerzeugnisse wie den deutsch-israelischen Feiertagskalender. Ja, klasse. Vielleicht fangen wir mal an. Also mal ganz doof gefragt, wenn beim Eurovision Song Contest irgendein Land dann gewinnt, dann geht ja irgendwie gleich dann so im Kopf des Fans irgendwie halt los, was ist denn das eigentlich für ein Land? Und wenn es so, sagen wir mal so Dänemark oder Schweden oder so irgendwie halt ist, dann ist es ja irgendwie gar kein Thema. Aber so Israel, dann denken ja auch so der geneigte Tagesschau-Zuschauer oder so, denkt dann auch, da ist doch eigentlich dauerhaft Krieg. Kann man da überhaupt hinfahren? Könnte man da eigentlich ein ESC stattfinden lassen? Also das geht eigentlich auch schon, ging schon los, als ich so, ja, ich plane jetzt eigentlich zum ESC zu fahren. Da hatten meine Eltern natürlich irgendwie schon Angst, als wenn ich in irgendeinem Kriegsgebiet irgendwie jetzt fahren würde. Was ist da dran, so von wegen Sicherheitslage? Kann man da hinfahren? Kann man so wie in Urlaub irgendwie halt zum Beispiel nach Tel Aviv fahren? Na klar, kann man da hinfahren. Also ich glaube, das versteht sich ein bisschen von selber, dass das meine Position ist, wenn ich dafür sorge, dass jedes Jahr 6000 Jugendliche aus Deutschland und Israel hin und her fahren und sich gegenseitig besuchen. Ich habe auch selber ein Jahr in Israel gelebt. Ich habe da einen Freiwilligendienst gemacht nach der Schule. Und genau diese Fragen, wo du jetzt sagst, deine Eltern oder deine Mutter macht sich Sorgen, das ist natürlich genau das, mit dem ich auch konfrontiert war, damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Das Ding ist, natürlich ist Israel ein Krisen- und Kriegsgebiet. Also dahingehend, dass es da im Schnitt alle zehn Jahre einen Krieg gibt, an dem das Land Israel beteiligt ist. Dahingehend, dass es Raketenbeschuss auf das Land Israel gibt, aus Gaza viel, aber manchmal auch aus dem Norden dahingehend, dass es in einer Region liegt, wo in den umliegenden Ländern auch nicht alles so die stabilsten Systeme sind und von den Nachbarstaaten nur Friedensverträge mit Jordanien und Ägypten da sind. Aber das ist halt ein Zustand, mit dem das Land Israel schon lebt, seit es das gibt. Und dementsprechend haben sich da viele Mechanismen entwickelt, wie die vielen Leute, die halt in Israel leben, auch ihren Alltag gestalten können. Also sei es, dass es einfach in Israel eines der besten Raketenabwehrsysteme der Welt gibt. Iron Dome hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, den Namen. Sodass nur sehr wenige von den Raketen, die jeden Tag auf das Land geschossen werden, überhaupt den Boden erreichen. Die werden alle schon in der Luft eigentlich entschärft. Natürlich kann man nie sagen, bis nächstes Jahr im Mai gibt es garantiert keine kriegerische Auseinandersetzung, mit der Israel irgendwie zu tun haben wird. Aber im Prinzip ist es dieses Jahr eigentlich ganz ruhig in der Region. Also der letzte große Aufreger war so ein bisschen, dass die USA ihre Botschaft nach Jerusalem verlegt haben. Da gab es große Unruhen. Und danach, würde ich sagen, gab es so das Alltägliche, was sich für europäische Ohren oft irgendwie krass anhört. Aber wenn man vor Ort in Israel ist, eigentlich gar nicht mehr so groß auffällt. Und tatsächlich führen Menschen in Israel ein Leben, was sich davon sich nicht unterscheidet. Die gehen in Kneipen, die liegen am Strand, die gehen feiern, die arbeiten, die schicken ihre Kinder in Kindergärten und Schulen und bewachen sie nicht die ganze Zeit. Also von daher würde ich eine gewisse Entwarnung geben, was nicht heißt, dass man nicht beobachten kann. Also wenn es dann zu etwas kommt, was ich kriegerische Auseinandersetzungen nennen würde, dann wird es ja meistens medial ziemlich sensationalistisch begleitet, was so die deutschsprachigen Medien angeht. Da kann ich sehr empfehlen, in die englischsprachigen Portale der israelischen Zeitungen reinzugucken, die das Ganze dann vielleicht ein bisschen realistischer einschätzen. Und wenn man als Deutscher in Israel ist, kann man sich auch immer in Solisten bei der deutschen Botschaft eintragen, so dass man benachrichtigt werden würde, falls es zu irgendwelchen Evakuierungen oder sowas kommen sollte. Okay, cool. Und du sagtest das auch gerade so, man liest sich in englischsprachige Medien oder so ein. Hast du das Gefühl, es gibt Unterschiede in verschiedenen Ländern? Also was zum Beispiel in der Tagesschau über Israel berichtet wird und was, weiß ich nicht, in anderen Ländern über Israel berichtet wird? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Also ich bin jetzt keine Medienwissenschaftlerin. Ich kann es dir nicht so, ich kann dir nur mein Gefühl wiedergeben. Das Gefühl ist, dass man immer am nächsten an der Realität dran ist, wenn man sich vielleicht zwei israelische Zeitungen auswählt, eine aus dem eher linken und eine aus dem eher rechten Spektrum. Also vielleicht Haaretz und Jerusalem Post, die haben beide englischsprachige Websites. Und wenn man da so ein bisschen vergleicht, dann kommt man, glaube ich, bei einem ganz realistischen Bild raus. Was halt, also was mein Eindruck ist davon, wann immer andere Länder über, in anderen Ländern über Israel berichtet wird, ist, es wird halt entweder berichtet, wenn gerade irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Das heißt, diese Bilder sind das, was irgendwie präsent ist bei uns. Oder es wird über Israel berichtet, wenn es um Israelis in Berlin, Israelis in New York, Israelis in Brüssel oder so geht. Also Städte, die gerade viel frequentiert sind von Israelis, die vielleicht auswandern aus Israel. Und es wird vielleicht noch über Tel Aviv als neue queere Party-Metropole des Nahen Ostens berichtet. So, das sind dann vielleicht noch mal so die anderen Bilder, die man zu Gesicht bekommt. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist schon ein sehr krisengeprägtes Bild, was man so in der Medienlandschaft kriegt. Zusätzlich kommt natürlich noch hinzu, dass jeder Jude, jede Jüdin, die irgendwo außerhalb von Israel rumläuft, gleich für Israeli gehalten wird und immer konfrontiert wird, damit sich positionieren zu müssen zur israelischen Politik. Okay, okay. Ja, du sagtest das gerade, Tel Aviv, die Partystadt, also eigentlich besser kann es ja eigentlich den ESC gar nicht treffen. Also ich glaube, das ist ja auch, auch, du sagst es gerade schon, eine quere Hochburg. Also wäre ja ESC, sehr ESC-affin irgendwie auch. Auf jeden Fall. Aber wohl teuer. Also wer sich irgendwie unter den Tisch saufen will, der muss da, glaube ich, viel Geld mitbringen. So haben wir da irgendwie schon gehört, ne? Ja, das stimmt. Die Hotels sind auch nicht besser, ja. Genau, es gab ja mal vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, zwei oder drei, so ein Meme, dass die ganzen Israelis in Berlin so viel Schokopudding gekauft haben, weil der Schokopudding in Israel so teuer war und den ganzen Schokopudding mit zurückgenommen haben. Das war mal irgendwie so ein Meme, was durchs Internet geisterte. Und es ist tatsächlich so, dass, also ich selbst war 2006, 2007 in Israel, da war Israel preislich, würde ich sagen, Deutschland noch sehr ähnlich, also ein bisschen unterschiedlich gestaffelt. So Gemüse, Obst ist sehr günstig und alles andere eher ein bisschen teurer. Aber es war noch so vergleichbar. Und seitdem haben gerade so die Preise für Alkohol, die Preise für alles, was so, ich nenne es mal grob, Kosmetikartikel, aber auch Fleisch, Käse, sowas angeht, also diese Preise sind alle ziemlich angezogen. Also was ich empfehlen kann, wenn man gerne Alkohol trinken will, aber es einem zu teuer ist, jeden Abend in der Kneipe Bier zu trinken, sind russische Supermärkte. Es ist ja so, dass tatsächlich sind ja in den Anfang der 90er unglaublich viele Menschen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach Israel eingewandert, die in ihren Stammbäumen noch jüdische Vorfahren gefunden haben, sozusagen. Und dementsprechend gibt es auch, also in Haifa noch viel mehr als in Tel Aviv, aber auch in Tel Aviv, gibt es so einige russische Supermärkte, wo man dann zumindest an so Wodka zu nicht so übertreten Preisen kommt. Okay. Kann man sich also zusaufen in russischen Supermärkten, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja, man kann sich ja eine Flasche kaufen und sich dann damit an den Strand setzen oder so. Also ich frage nur für einen Freund, ne? Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja, also ich habe es schon gemerkt, ich habe ungefähr eine Woche auch vor dem bekannt gewordenen Termin auch mein Hotel gebucht, auch für zwei Wochen. Und ich habe jetzt schon von anderen Leuten gehört, die nur für eine Woche, die bezahlen weitaus mehr als ich jetzt in den 14 Tagen. Also die haben jetzt auch schon nach Bekanntwerden des Datums auch in Tel Aviv die Hotelpreise ordentlich hochgezogen. Was aber auch in jedem, dann in jeder Host-City dann auch eben halt so, dann auch so passiert halt, ne? Das ist, wie ist das, also wenn man jetzt zum Beispiel nach Israel einreisen will, soweit wie ich gehört habe, Visum braucht man glaube ich nicht als Deutsche? Oder? Genau. Man braucht kein Visum, man sollte aber, also man sollte keinen Stempel eines arabischen, schrägstrich muslimischen Landes in seinem Pass haben. Theoretisch darf Israel einen damit nicht abweisen, praktisch kann es aber dazu kommen, dass man in sehr viel intensivere Kontrollen und Befragungen gerät als ohne. Also ich würde empfehlen, solltet ihr vor kurzem in Ägypten oder im Libanon oder in Malaysia oder so Urlaub gemacht haben, dann vielleicht einfach noch einen neuen Reisepass beantragen. Das heißt auch, wenn ich in der Türkei gewesen bin, hätte ich auch Schwierigkeiten, nach Israel zu kommen. Also zumindest. Türkei geht tatsächlich, weil Turkish Airlines ist auch eine der Fluglinien, die von Europa aus Israel sehr stark anfliegen und dementsprechend geht es mit dem türkischen Stempel eigentlich ziemlich gut. Ah, okay. Es gibt ja auch, glaube ich, die Möglichkeit, sich dann einen zweiten Pass irgendwie bei seiner Passstelle auch dann zu besorgen, damit man dann eben nicht diesen arabischen Stempel, glaube ich, drin hat. So habe ich das auch irgendwie gelesen. Genau, man kann einen Zweitpass haben. Ja. Also wenn es um andersrum geht, also man will danach mit dem israelischen Stempel in ein arabisches Land, was nicht Ägypten oder Jordanien ist, einreisen, da ist es mittlerweile so, dass der israelische Stempel nicht mehr in den Pass, sondern auf einen Extrazettel gemacht wird, der einem dann quasi wieder entwertet wird, wenn man das Land verlässt. Also das, da kann man unbesorgt daran gehen. Ich habe heute gerade, ich finde es jetzt nur nicht, ich setze nachher auch in die Shownotes, bei Stern.de heute einen Artikel gelesen, dass da eine Studentin aus den USA irgendwie schon seit, ich glaube, 14 Tagen oder so in Tel Aviv da im Gewahrsam ist und nicht einreisen darf, die, ach hier ist das, glaube ich, nee, seit Wochen sogar, eine 22-jährige Studentin, weil die Behörden wohl auch unter anderem in Erfahrung gebracht haben, dass sie diesen, so Boykottaufrufe gegen, gegen Israel irgendwie halt zugestimmt hat und wohl irgendwie auch eine kritische Meinung irgendwie halt hat zu der Regierung Netanjahu. Also das, was ich zumindestens auch von anderen Leuten gehört habe, also am Flughafen, es werden einem schon sehr kritische Fragen, glaube ich, gestellt, bevor man irgendwie einreist. Ist das so? Genau, also es werden schon kritische Fragen gestellt. Es gibt jetzt so Leute, die sagen, antworte immer so, wie du denkst, dass sie es hören wollen. Ich würde sagen, ich würde die nicht belügen. Also ich würde, würde grundsätzlich die Wahrheit sagen. Worauf man sich auf jeden Fall einstellen kann, sind so Fragen wie, hast du Geschenke dabei, die du nicht selber, also wo du nicht weißt, was drin ist, weil wir hatten schon den Fall, dass jemand ein Geschenk mit hatte und das war dann eine Bombe. Oder hast du dein Gepäck alleine gepackt, war es seitdem unbeaufsichtigt, kennst du irgendwelche Leute in Israel und wenn ja, wen? Und vielleicht musst du noch den Namen deines Vaters sagen, wenn dein eigener Name ein bisschen arabisch klingt oder so. Also das sind so typische Fragen, die gestellt werden. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist einfach eine Checkliste dabei zu haben mit Adresse vom Hotel, am besten auch mit der Buchungsbestätigung. Also wann immer man zeigen kann, hier, das ist meine Route, das werde ich mir, also das sind die Orte, an denen ich übernachte. Ich habe hier auch eine Buchungsbestätigung. So, das macht schon sehr vieles einfacher. Also wenn man einfach da legen, also ich bin schon öfter auch als Rucksack-Touristin irgendwie rumgereist und wusste vorher noch nicht unbedingt, wo ich wann sein würde, hatte keine Buchungsbestätigung und so. Dann ist es immer ein bisschen komplizierter zu erklären, was man vorhat und so. Okay. Aber es ist, glaube ich, nicht anders, als wenn man in die USA einreist, denn diese Fragen werden da ja auch gestellt. Also ich war noch nie in den USA, deshalb habe ich den direkten Vergleich nicht. Ich würde sagen, es ist auch noch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, mit welcher Airline man einreist. Also wenn man mit El Al einreist, der israelischen Airline oder ab dem Billigflieger von El Al, dann sind die Fragen gegebenenfalls noch mal ein bisschen strenger. strenger. Ansonsten, also das dann schon in Deutschland, von wo man losfliegt, wenn man jetzt mit EasyJet oder so fliegt, dann sind in Deutschland die Fragen noch nicht so streng. Dann sind die Fragen vielleicht ein bisschen strenger, wenn man ankommt. Aber ich würde sagen, also ich würde erst mal versuchen, euch allen die Angst davor zu nehmen. Also die gucken immer alle ganz böse und haben irgendwelche Strategien, aber am Ende kommt jeder irgendwie durch und ins Land rein und so. Sie müssen ja auch ein bisschen auch sich schützen, ne? Also sie sind ja schon von, sagen wir mal, Feinden auch umgeben und da müssen sie sich ja, glaube ich, auch anders vor Eindringlingen schützen als jetzt, ich sage jetzt mal Deutschland oder ein ähnliches Land, ne? Wahrscheinlich. Ja. Und ich meine, also nicht umso, also ich bin in Israel gewesen 2006, 2007, also direkt nach dem Zweiten Libanon-Krieg, aber schon mehrere Jahre nach der Zweiten Intifada. Und die Zweite Intifada war ja so die Hochphase der willkürlichen Anschläge, die irgendwie es im Land gab, wo dann irgendwelche Busse und Cafés in die Luft gesprengt wurden und so. Und es gibt es eigentlich seitdem fast nicht mehr. Und das natürlich auch nicht von irgendwoher, sondern daher, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Das, die Stadt selber ist ja noch gar nicht so alt, ist ja irgendwie 1909 irgendwie halt gegründet worden und irgendwie aus den 30er Jahren stammen ja auch diese, diese ganzen Bauhausgebäude und so weiter. Also das trennt ja, glaube ich, auch viele Leute. Die einen finden das, glaube ich, ganz gut und den anderen ist es wahrscheinlich dann irgendwie zu modern. Wozu würdest du tendieren? Also ich finde, ich finde die Bauhaushäuser wirklich richtig schick. Ich kann das auch empfehlen. Da gibt es auch so Touren, wo man an den schönsten Bauhaushäusern vorbeigeführt wird und so. Das sind coole Stadtführungen. An sich bin ich vom Gefühl mehr in Jaffa. Jaffa ist quasi eine kleine, ehemals arabische Stadt vor Tel Aviv, die mittlerweile eher ein Stadtteil von Tel Aviv ist, mit einem sehr niedlichen kleinen Hafen, mit niedlicheren kleinen Restaurants und so. Und das ist nicht ganz so hip wie Tel Aviv. Also wenn man es hip mag, wenn man irgendwie in Berlin gerne nach Kreuzberg oder Prenzlauer Berg geht oder nach Mitte, dann wird man es auch in Tel Aviv in den Vierteln, die Bauhausiger sind oder im Florentin, was noch so ein ganz hippes, peppiges Viertel ist, wird man sich da super wohl fühlen. Ich fühle mich auch super wohl in Tel Aviv, aber mein Geheimtipp wäre auf jeden Fall, mal einen Ausflug nach Jaffa zu machen, weil das einfach so ein toller Ort ist. Das liegt ja auch, glaube ich, sehr nah beieinander dann auch, ne? Genau. Da kann man ganz normal mit dem Stadtbus hinfahren, also sowieso in Tel Aviv, also in den großen Städten in Israel kann man super gut Bus fahren. Es ist jetzt nicht so, dass man sich darauf einstellen kann, dass man wie hier sagt, okay, der Bus ist eine Minute später irgendwie, was ist da mit dem Plan los? Ne, so funktionieren Busfahrpläne in Israel nicht. Man weiß, mit welcher Nummer man fahren muss und irgendwann kommt sie dann. So, aber man kommt überall gut hin und man kommt von Tel Aviv-Zentrum nach Jaffa super gut mit dem Bus oder wenn man einen längeren Spaziergang machen will, läuft man an der Strandpromenade entlang. Dann läuft man auch auf Jaffa zu. Das ist besonders schön. Das ist vielleicht auch so ein Bild, was viele vor Augen haben, wenn sie an Tel Aviv denken. Da geht so ein bisschen eine Landzunge raus im Süden von Tel Aviv und da ist so ein Turm, der da immer so hoch guckt und da kann man dann schön drauf zulaufen und macht einen Spaziergang nach Jaffa. Wo auch das ist ohne weiteres möglich. Du sagtest gerade, öffentlicher Nahverkehr, das sind dann, hauptsächlich sind es dann Busverkehr. Genau. Oder hat es auch eine Metro? Ne, also es gibt eine Straßenbahn in Jerusalem seit so, ach, frag mich nicht, vier, fünf Jahren. Es hat ein bisschen länger gedauert, die zu bauen, als die Jerusalemer gedacht haben. Also als ich 2011 da war, lagen schon alle Schienen und es fuhr schon eine Beispielbahn. Aber ich glaube, es hat noch zwei oder drei Jahre gedauert, bis es eröffnet wurde. Das ist die einzige Straßenbahn, die es so gibt in Israel. Ansonsten ist fast alles Bus, also auch Überlandverkehr. Da gibt es das große Busunternehmen Agit. Die haben auch eine Website, auf der man super gut sich das Busnetz angucken kann. Damit kommt man günstig von A nach B. Also wenn wir darüber reden, dass Alkohol und sowas sehr teuer ist in Israel, Busfahren ist sehr günstig in Israel. Und es gibt noch eine Bahn, die fährt, also die Hauptstrecke der Bahn ist so an der Küste entlang und dann nochmal eine Strecke von Tel Aviv nach Jerusalem. Und es gibt noch eine Strecke, die dann so ein bisschen in die Negerfüße reinfährt. Das ist ein Hauch teurer als das Busfahren und fährt nicht ganz so häufig wie die Busse, aber kann man auch machen. Also die Bahnstrecke von Tel Aviv nach Jerusalem rein ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne. Also da fährt man sehr schön durch die Berge. Das Leben in Tel Aviv, wie sieht es denn mit dem Essen aus? Was kannst du, was muss man da unbedingt mal gegessen haben, wenn man in Tel Aviv ist? Oh Gott, so viel. Also auf jeden, also meine große Liebe an israelischem Essen ist Hummus. Das, also es gibt, wahrscheinlich fragst du zehn Leute und sie nennen dir zehn verschiedene Läden, in denen es auf jeden Fall den besten Hummus von Israel gibt. Mein favorisierter Hummusladen ist Abu Hassan. Abu Hassan ist ein Laden, das ist eher schon Jaffo, ganz traditionell gibt es schon ewige Jahrzehnte Familienbetrieb und Abu Hassan hat einen touristischen Laden und einen Laden, wo die Einheimischen hingehen und ich würde natürlich empfehlen, zu dem Laden zu gehen, wo die Einheimischen hingehen, der ist in der Dolphin Street in Jaffo. Das wäre so mein Geheimtipp, einfach dort Hummus oder Hummus Fuhl, das wäre dann noch mit so einer Bohnenpaste obendrauf bestellen und dann einfach mal zugucken, wie die sich gegenseitig Sachen zurufen und prompt steht dieser Teller bei einem auf dem Tisch und man dippt dann die Pita oder die Zwiebelstücke da rein und so. Das ist auf jeden Fall, also sollte man, es ist nicht zu vergleichen mit Hummus, den man irgendwie in einer Packung hier im Supermarkt oder so kauft, auf keinen Fall. Selbst der Supermarkt-Hummus in Israel schmeckt sehr, sehr viel besser als der, den man hier so im Supermarkt kriegt oder so. Also ich nehme da immer zwei, drei Packungen von mit zurück. Dann, was ich grundsätzlich noch empfehlen kann, sind so die verschiedenen Saftstände, die es so gibt, also entweder mitten in der Stadt, auf dem Markt, am Strand, die einem frisch gepresste Säfte machen, besonders Granatapfelsaft, finde ich, ist super gut und wenn man sonst so Granatapfel essen will, hat man ja immer mit den Kernen zu tun. Also erstmal muss man diesen Granatapfel irgendwie da rauspulen, alles wird rot angespritzt und dann muss man die ganze Zeit diese Kerne kauen und wenn man so einen Saft hat, hat man einfach das Beste aus dem Granatapfel so da und das sind halt so die Früchte, die auch in Israel halt besonders sonnengereift sind und deshalb besonders gut schmecken. Also so Granatapfelsaftstände, also das heißt auf hebräische Mitzrimon. Mitzrimon ist Granatapfelsaft, kann ich sehr, sehr empfehlen und ansonsten noch als Getränk Limonana, das ist eine Limonade mit Nana-Minze, die so ganz klein gehackt wird und fast wie so ein Schaum dann auf der Limettenlimonade obendrauf schwimmt, das ist auch sehr erfrischend, wenn es dann ein bisschen wärmer wird, was auch Ende Mai durchaus schon der Fall sein kann in Tel Aviv. Das wären so meine Geheimtipps. Ansonsten hat Israel wirklich sehr, sehr viele leckere, vor allem vegetarische Sachen, würde ich sagen. Also von Falafel über Sabir. Sabir ist auch was ganz Tolles mit so frittierten Auberginen und einer Currysoße und gemanschten Kartoffeln in einem Sandwich drin und so. Ist auch ganz köstlich. Also wer auch immer sich vegetarisch oder vegan ernährt, wird in Israel zu 100 Prozent fündig werden. Was nicht heißen soll, dass es nicht auch leckere Fleischsachen gibt, aber es ist einfach besonders vielfältig. Sich vegetarisch oder vegan außerhalb zu ernähren, ist ja im Ausland immer ein bisschen einfacher als selbst in Deutschland, wo wir eigentlich dann nur McDonald's und so weiter irgendwie haben. Das ist da natürlich auch wieder, weil es ja auch einfach sehr, sehr, sehr verbreitet auch irgendwie halt ist. Ja, ja. Und was kannst du den anreisenden Fans empfehlen, wo sie sich, also außerhalb vielleicht von Hotels, umgucken könnten, um irgendwo eine günstige Unterkunft zu bekommen? Was gibt es da so für Alternativen? Also es gibt echt ganz coole Hostels in Tel Aviv, die aber wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, mittlerweile schon gemerkt haben, dass es da so ein ESC geben wird. Also zum Beispiel das Abraham Hostel kann ich empfehlen oder das Old Jaffa Hostel. Das hat auch ein sehr schönes Dach, von dem man eine ganz tolle Sicht hat. Da kann man auch mal hingehen, wenn man da nicht übernachtet. Das Gordon Inn Hostel, das sind so die Hostels, in denen ich in Tel Aviv immer übernachtet habe. Ansonsten eigentlich wie überall auf der Welt. Also Airbnb und Couchsurfing, die Kultur ist auch ziemlich ausgeprägt so in Israel. In Tel Aviv, wie gesagt, man kommt überall, also wenn man ein bisschen Zeit einplant, kommt man mit dem Bus eigentlich überall hin. Oder man fährt Taxi, das ist jetzt auch nicht so teuer in Israel tatsächlich. Wenn man sich da zu zweit, zu dritt zusammentut, dann kann man auch gut mal so eine 20, 25 Minuten Strecke mit dem Taxi fahren und wird auch nicht arm davon so. Also ruhig ein bisschen außerhalb gucken, also eben Richtung Jaffo oder Richtung Uni. Also in der Nähe der Uni gibt es viele Studenten, die vielleicht ihre Zimmer untervermieten oder so. Das wären so die Sachen, die mir einfallen würden. Bei Taxifahrten ist ja, also so war es in Lissabon, konnte man eigentlich auch mit Uber, glaube ich, auch ganz gut überall hinkommen. Das wird es da vielleicht auch geben? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das dafür ist noch zu neu, ne? Wahrscheinlich. Dann ist es da wahrscheinlich noch für zu neu. Das müsste man dann irgendwie halt dann auch ausprobieren. Genau. Genau, aber es gibt auch noch so verschiedene, also es gibt die normalen Taxis und es gibt noch Cherout. Das sind so eine Art Sammeltaxen, wo man einfach einsteigt. Also die sind im Prinzip auch wie kleine Busse, die warten halt, bis sie voll sind und dann fahren sie los. Und dann kann man halt auch an der Strecke irgendwo aussteigen, wo sie langfahren. Dafür muss man einen Busfahrer oder einen Cheroutfahrer finden, der einen versteht und weiß, wo man hin will, dass man nicht in den Falschen steigt. Aber man kann auch, es gibt auch ganz viele Leute, man steht halt einfach so an der Straße und winkt und dann hältst du einen Cherout an und man steigt da ein. Also das ist auch noch so eine gute Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Und dabei lernt man auch immer sehr viele spannende Menschen kennen. Und Englisch ist, glaube ich, kein Problem, oder? Ja, also Englisch ist, also bei den jungen Leuten auf keinen Fall ein Problem. Es ist so, dass die meisten, also die jüdischen Israelis müssen ja alle zwei beziehungsweise drei Jahre Armeedienst machen nach der Schule und danach entscheiden sich viele erst mal ein, zwei Jahre Auszeit zu nehmen und durch die Welt zu reisen und dementsprechend kommen die mit supergutem Englisch zurück nach dieser Zeit. Also die können einfach supergut Englisch. Ich bin mit Englisch immer überall durchgekommen. Bei den älteren Generationen, also wenn man, ich habe vorhin schon mal gesagt, es gibt doch einige, da kommt man mit Russisch noch ein bisschen weit. Falls man da Kenntnisse mitbringt. Da ist mein Russisch jetzt gerade nicht so gut. Das habe ich mir schon gedacht. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Hörende aus der ehemaligen DDR, die in der Schule noch Russisch gelernt haben oder so. Also mit Russisch hat man auch Chancen, irgendwie verstanden zu werden. Keine Ahnung. Natürlich kann man trotzdem vorher vielleicht so ein paar Bröckchen hebräisch sich aneignen. Das ist natürlich ätzend mit dem Lesen, weil es halt ein anderes Alphabet ist als unser lateinisches Alphabet hier. Aber es gibt ja auch alles Mögliche in Umschrift. Also es gibt zum Beispiel den Kauderwelsch Sprachführer. Das ist so ein ganz kleines Heft für die Hosentasche. Das arbeitet überhaupt nicht mit dem hebräischen Alphabet, sondern nur mit Umschrift. Und da kann man sich einfach so ein paar lustige Phrasen aneignen. Also es gibt wahrscheinlich zehn Arten auf hebräisch zu sagen, wie geht es dir? Und man antwortet auf einen, wie geht es dir? Indem man mit dem anderen, wie geht es dir, rückfragt und so. Also so ein paar lustige Geflogenheiten diesbezüglich kann man sich da, glaube ich, auch aneignen. Aber wie gesagt, ansonsten keine Angst haben, mit Englisch wird man immer durchkommen. Ich habe gelesen, du kannst hebräisch, ne? Ja. Und wie gut? Also ich würde sagen, gut genug, um sehr viel zu verstehen. Und wenn es ums Selbersprechen geht, sind immer die Vokabeln problematisch, wenn ich lange nicht da war, wie es jetzt der Fall ist. Aber wenn ich dann wieder da bin, so nach ein, zwei Wochen, bin ich meistens ganz gut drin. Jetzt ist es halt schon wieder eine Weile her. Als ich in Israel gelebt habe, war mein Wortschatz natürlich super, dafür war die Grammatik nicht so toll. Dann habe ich jüdische Studien studiert und ganz viel hebräische Grammatik gepaukt. Und jetzt bin ich Grammatikexpertin, aber kann nicht mehr so gut sprechen. Wie das immer so ist. Aber das ist bei Sprachen tatsächlich so, da muss man dann immer irgendwie im Lauf sein, irgendwie wahrscheinlich, wenn du da jetzt wieder länger lebst. Fährst du da mit, wenn ihr diese Austauschfahrten organisiert? Nee. Also tatsächlich machen wir nicht selber die Austauschfahrten, sondern wir begleiten Leute, die Austauschfahrten organisieren. Also wenn jetzt Herr Müller aus Eberswalde sagt, ich würde gerne hier mit den Jugendlichen aus meinem Jugendclub mal nach Israel, dann kann er sich an uns wenden und wir vermitteln dem einen Partner in Israel und helfen denen beim Aufbau von einem Programm und sie können bei uns Geld beantragen und dann den Austausch organisieren, machen sie aber alleine. Ach so, okay. Und du hast ein, ich habe, glaube ich, gehört, ein Jahr in Haifa gelebt? Genau. Ist auch meine Lieblingsstadt. Ich wollte gerade sagen. Ich bin natürlich parteiisch, wollte ich sagen. Ich wollte gerade sagen, denn Haifa war ja noch unter den letzten drei, als es dann hieß, wo wird es dann irgendwie stattfinden? Hätten die die Kapazitäten überhaupt gehabt für so Hotel und so weiter und Halle? Das ist eine gute Frage. Also ich, man hätte wahrscheinlich, also das Ding ist, Haifa und Tel Aviv sind ungefähr eine Stunde, eine Stunde 15 auseinander. Also im Zweifel hätte man halt ein paar Betten nach Tel Aviv oder auf die Strecke dahin auslagern müssen. Haifa ist halt so in meinen Augen so was wie die koexistenzreichste Stadt, Großstadt Israels, wobei es eher ein friedlich Nebeneinanderleben als ein Miteinanderleben ist. Aber es ist doch schon, also man sieht einfach, es gibt viel jüdische, viel arabische, viel russische Kultur so in der Stadt. Also es ist einfach so eine ziemlich offene Stadt und das mag ich sehr an Haifa. Und das Allerbeste an Haifa ist, das ist ein Berg am Meer. Man wird ja sonst immer gefragt, Berge oder Meer. Und in Haifa kann man einfach auf dem Berg sitzen und übers Meer gehen. Oh, wie schön. Ein ganz schön, ja. Jetzt fehlt nur noch Skifahren. Falls jemand einen Ausflug, falls jemand einen Ausflug nach Haifa machen sollte, der zum ESC fährt. Es gibt so Treppenstufen, Wege, denen man folgen kann, weil es eben so ein Berg ist, wo man immer wieder tolle Aussichtsplattformen hat. Und die Louis-Promenade ist besonders zu empfehlen. Super. Und das war ja auch so ein Kriterium, weswegen es dann Jerusalem nicht geworden wird, der Schabbat. Das ist, glaube ich, immer Freitagabend bis … Freitag ab Sonnenuntergang bis Samstag ab Sonnenuntergang, jeweils ab dem Moment, wo drei Sterne am Himmel zu erkennen sind. Und dann passiert in Jerusalem erst mal gar nichts mehr. Also bricht das ganze Leben da zusammen oder wie kann man sich das vorstellen? Na, also die Menschen hören nicht auf zu atmen und so, aber es wird schon noch gelebt. Aber es gibt halt, also es haben keine Läden mehr offen, es fährt keine Public Transportation, also kein öffentlicher Nahverkehr mehr. Es gibt halt in Jerusalem im Vergleich zum Rest vom Land noch sehr viel mehr religiöse Juden, Jüdinnen, die auch den Schabbat nach traditionelleren Regeln einhalten, wo dann auch dazu gehört zum Beispiel kein Strom. So, dann hat man halt den ganzen Freitag schon vorgekocht, damit man ab Freitagabend bis Samstagabend Sachen, Essen hat, was auf irgendwelchen Warmhalteplatten steht, weil man den Knopf nicht mehr drücken darf, um den Herd anzumachen und so weiter. Also es ist auf keinen Fall so, dass dann kein Leben mehr in Jerusalem ist. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, mal an einem Schabbat in Jerusalem zu sein. Viele Leute gehen dann auch zur Klagemauer am Samstag tagsüber, um dort zu beten. Also da ist es besonders voll im Vergleich zu den anderen Wochentagen. Auch am Kikar Zion, am Zionsplatz in der Neustadt von Jerusalem, treffen sich freitagsabends immer die Nachmanim. Das ist so eine Art jüdische Sekte, wobei Sekte eigentlich zu böse ist. So eine Glaubensgemeinschaft, die davon ausgehen, dass es den Messias schon gab. Und das war Rabbi Nachman aus Uman. Und die tanzen immer zu so Technomusik. Also da hat man dann so Männer, die aussehen, wie man sich so klassische religiöse Juden vorstellt, mit Bärten, mit Schläfenlocken, mit Kipot auf dem Kopf und die dann halt so zu so Elektromusik abdancen. Klingt aber Hipsterparty. Also da ist immer eine Menge los. Dann hätte da vielleicht doch der ESC stattfinden sollen. Ja, das klingt aber echt nach der Hipsterparty, ne? Ja, ne, aber die Hipster sind schon eher in Tel Aviv, würde ich sagen. Ja, ich hab irgendwie, ich hab mal gehört, dass die Hotels, die stellen dann wohl dann auch ihre Fahrstühle irgendwie auf um. Und die halten dann in jedem Stockwerk wie so ein Pater Noster, damit die Leute nicht mehr auf den Knopf drücken müssen, ne? Genau, sowas gibt's. Also dass es Hotels gibt, die darauf rücksichtigen. Ja, ich glaube, es muss man in jedes Etage noch kommen. Ja, ja, Zeitschaltuhren, Zeitschaltuhren gibt's dann oft bei Lichtschaltern. Ich war auch immer, das war auch sehr lustig, bei einem Shabbat-Essen zu Gast, da hatten die Gastgeber dann vergessen, die Zeitschaltuhr auf später zu stellen und dann ging um zehn alles aus und wir saßen dann noch mit acht Leuten am Tisch und dann gehört aber, also man darf halt nicht selber auf die Knöpfe drücken, die Strom betätigen, man darf aber auch nicht andere bitten, das zu tun. Und dann sagte der Gastgeber so, wäre es nicht schön, wenn jetzt jemand auf den Lichtschalter drücken würde, weil er uns halt nicht darum bitten durfte und dann konnten wir halt das Licht wieder anmachen. So, dann war's aber auch an bis zum nächsten Tag, weil keine Zeitschaltuhr mehr lief. Weil ausmachen darf man's dann auch nicht. Es gibt also noch Grauzonen. Es gibt immer Grauzonen, auch wenn jemand einen Herzstillstand hat, darf man einen Defibrillator verwenden und wenn eine Frau ein Kind kriegt, darf man sich auch ins Auto setzen und sie ins Krankenhaus fahren. Ich glaube, da ist eher dann so weniger los wie bei uns wahrscheinlich Heiligabend, denke ich mal. So, dann fährt da auch selten noch die S-Bahn oder so, dann ist das wahrscheinlich da so, wahrscheinlich vergleichbar. Ja, das wäre ja eben halt nicht gegangen, ne? Freitag ist halt dann das Jury-Finale, Samstagabend ist dann der große Abend der Abende irgendwie und dann hätte man da, ja, ich weiß nicht, das Personal in der Halle und so weiter, in der Technik und so, wäre ja eben halt vom israelischen Fernsehen und die würden dann sagen, nee, wir arbeiten nicht, ne? Naja, es gibt sicher beim israelischen Fernsehen auch genug Angestellte, die nicht religiös sind und die, also nicht jeder Israeli hält sich an Schabbatregeln so, sondern, also auch nicht jeder jüdische Israeli, sondern das ist eher eine Minderheit, aber davon leben halt besonders viele in Jerusalem und dementsprechend kulminiert sich das da so ein bisschen, ich könnte mir schon vorstellen, dass das israelische Fernsehen das irgendwie hingekriegt hätte, die Posten alle zu besetzen mit Mitarbeitenden, die jetzt nicht religiös sind und das hätten machen können. Ich meine, war nicht der ESC bei Nachdana International auch in Jerusalem? Genau, da haben sie es ja auch irgendwie hingekriegt. Also es wäre schon irgendwie gegangen, aber ich fand es definitiv die sehr viel logischere Entscheidung, nach Tel Aviv zu gehen, auch um politischen Trouble zu vermeiden. Wie unterschiedlich ist denn das? Also wie von der Schabbatregelung in Tel Aviv und Jerusalem, ist es da in Tel Aviv ein bisschen angenehmer, also beziehungsweise nicht angenehmer, aber also nicht so extrem ausgelebt, wie es in Jerusalem ist, oder? Genau, also es ist schon auch so, dass es, also der Schabbat ist ja im Prinzip, was bei uns der Sonntag ist, also der Sonntag ist in Israel der erste Tag der Woche, was bei uns der Montag ist, und der Schabbat ist dementsprechend der Sonntag. Das heißt, es hat schon das meiste auch in Tel Aviv zu am Schabbat, aber es gibt dann so Spätis, es gibt Cafés, die aufhaben, was du dann in Jerusalem irgendwann nicht mehr hast. Es gibt mittlerweile auch ein paar Buslinien, die durchfahren. In Haifa gibt es schon ein bisschen länger, aber in Tel Aviv jetzt eben auch. Also es ist alles ein bisschen lockerer. Es ist definitiv trotzdem so, dass am Schabbat grundsätzlich das ganze Leben so ein bisschen runterfährt. Also das habe ich auch sehr, sehr geschätzt am Schabbat, als ich in Israel war, dass man ihn noch ein bisschen mehr als Ausruhezeit und Relaxzeit nutzt, als es so mit dem Sonntag in Deutschland der Fall ist. Aber in Tel Aviv ist auf jeden Fall, kann man am Schabbat davon ausgehen, dass man überall hinkommen wird, dass man einkaufen kann, Getränke findet und so weiter. Ja, war das nicht so, ist das nicht so, dass sogar diese, speziell diese russischen Lebensmittelläden dann aufhaben? Also weil die sich da nicht so darum scheren, dass dann da Feiertag ist? Ja, genau. Also ich, mein russischer Supermarkt im Haifa, bei dem wir immer, die kannten uns dann irgendwann. Und wir waren ja auch freiwillig, wir hatten nicht so viel Geld und so. Wir haben wirklich nicht oft Fleisch gekauft, aber irgendwann standen wir mal an der Fleischtheke und wollten dann irgendwie für den Monatsanfang, wir hatten noch viel Geld, wollten wir Fleisch kaufen für unsere WG. Und dann sagten die beiden Verkäuferinnen, die uns schon kannten, auch so, seid ihr Juden? Wir so, nee. Und die beiden, wir auch nicht, wollt ihr schweinen? So, also, das war so. Also in den russischen Supermärkten hat man auf jeden Fall die Chance, noch Sachen zu kriegen, wenn die anderen Supermärkte schon zu und so haben. So wie bei Schlemiel, ne? Hey, du, fähre ich. Genau. Genau. Wie ist es denn bei dir? Fährst du nach Tel Aviv zum ESC? Ich wollte unbedingt, aber jetzt ist an dem Wochenende, ist die jährliche Jahres- und Mitgliederversammlung von der Organisation, mit der ich meinen Freiwilligendienst in Israel gemacht habe, von Aktion Sünezeichen Friedensdienste. Und wir haben so viele Pläne für die diesjährige Mitgliederversammlung, Anträge, die wir stellen wollen und so mit so einer kleinen Gruppe von Leuten. Da können wir jetzt eigentlich nicht wegbleiben. Aber wir haben schon angeregt bei den PlanerInnen der Abendveranstaltung, dass sie doch bitte ein ESC-Guck-Location-Party mit Bullshit-Bingo und so weiter anbieten sollen. Ich mache ja immer so ein Bullshit-Bingo zum ESC und dann würde ich das da den Teilnehmenden der Jahresversammlung zur Verfügung stellen. Das bietet sich ja auch geradezu an, also erst mal das auf diesen Termin zu setzen. Eigentlich ist ja völlig unmöglich, finde ich. Und dann muss aber mindestens ja eigentlich so ein Fernsehabend irgendwie dabei oder so ein Public Viewing irgendwie dabei rauskommen. Ja, super. Ich bin sicher, dass wir das hinkriegen. Wir haben da auch schon Jahresversammlungen gehabt, als Dortmund gegen Bayern Champions-League-Finale gespielt haben. Das wurde dann auch gezeigt. Also wenn man Fußball zeigen kann, dann finde ich, kann man, dann muss man erst recht ESC zeigen, was ja viel internationaler und verständigungshafter ist. Unbedingt, also auf jeden Fall. Und das sage ich als Fußball-Fan. Ja, Fußball und ESC liegen ja sehr nah beieinander. Also wir haben auch so einige Hörer, die sehr fußballaffin sind. Ich glaube, dieser Wettbewerbscharakter, der spielt da auch mit rein, den man ja beim ESC ja irgendwie halt auch hat, wo man auch die Songs bewertet. Und das macht man ja beim Fußball auch, Spielzüge bewerten und wer ist eine Flasche, wer ist ein guter Fußballspieler. Das ist halt dann auch so. Ja, wir haben es, glaube ich, kompakt. Oder hast du noch Fragen, Dennis, zu der ganzen Tel Aviv? Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant auf alle Fälle. Sehr spannend. Das freut mich. Und falls sonst jemand noch weitere Fragen hat von den Hörern und Hörerinnen, man kann mich gerne kontaktieren über Twitter, da bin ich als Agenda-Beitrag, auch auf Instagram, in meinem Podcast oder so. Also ich bin vielfältig im Internet auffindbar, man darf mir gerne schreiben, wenn man Fragen hat. Wir haben auf unserer Seite escgreenroom.de, haben wir unter dem Player immer die jeweiligen Protagonisten, die heute bei diesem Podcast dabei sind. Und da werden wir deine Kontaktdaten auch alle reinschreiben und dann können die Hörer auch dann mit dir dann in Kontakt treten. Und dann können sie dich noch löchern, insbesondere auch die Fans, die eben halt dann auch vorhaben, auch nach Tel Aviv zu fahren. Ja, ich hoffe, dass wir das ganz gut abgedeckt haben. Aber wir sind ja noch nicht durch und wir wollen dich gerne auch mit weiterhin in diese Folge hier mit einbeziehen. Jetzt erst mal so eine ganz allgemeine Frage. Hast du eine Affinität zum Eurovision Song Contest? Ja, unbedingt. Also ich, also so richtig doll affin, vielleicht so seit fünf, sechs Jahren. Aber ich glaube so, also ich bin Jahrgang 87. Ich glaube so seit Gildo Horn habe ich kaum ein ESC nicht geschaut. Also ich bin da, ich gucke auch immer die Halbfinals und höre euch und den ESC-Schnack. Und wie gesagt, ich mache auch jedes Jahr so ein Bullshit-Bingo, was ich vorher gestalte. Wo was auch die Leute, also wo ich auch die Kopiervorlagen immer im Internet zur Verfügung stelle, so dass jeder mitspielen kann mit lustigen Peter-Urban-Zitaten und lustigen Dingen wie Schulterpolstern, monochromen Kostümen und Windmaschinen. Windmaschinen, ja natürlich, Windmaschinen. Windmaschinen, ganz wichtig. Ja, also um es kurz zu sagen, ja, ich habe eine Affinität. Kannst du denn so die, die wichtigsten Anforderungen bei einem ESC irgendwie aufsagen? Was sind, so zu den Regularien, weißt du da darüber? Was ein Act sein darf? Genau, genau. Ja, also maximal sechs Personen auf der Bühne. Great. Alle Stimmen live eingesungen. Das war ja mit Nitta letztes Jahr so ein bisschen kritisch da kurzzeitig. Die Instrumente werden alle bei der Generalprobe oder so eingespielt. Und dann, also irgendwie sowas, weil das mit dem Sound sonst nicht klappen würde, die alle ganz live einzuspielen. Das ist Playback. Ja, es ist alles auf Band, alles auf Band. Es ist eine Orchester. Aber, aber, so eine Art Live-Playback, oder? Also so ein, so ein, so ein Playback, was bei irgendeinem Live-Spiel aufgenommen wurde. Nee, nee, das ist im Studio produziert. Das wird schon im Studio produziert. Echt? Okay. Ja. Dieser besagte, dieser besagte ESC, wo Gildo Horn aufgetreten ist, das war das letzte Mal mit, mit Orchester. Leider, leider. Ja. Nee, ansonsten gibt's wahrscheinlich noch Regularien, wann, wer, wie eingereicht werden musste. Aber ansonsten, also ich meine, man muss ja nicht mal einen deutschen Pass haben, um für Deutschland anzutreten. Nee, richtig. Warum auch? Man muss mindestens 16 sein, weil es mal einen Gewinner gab, ich glaube aus Belgien, die irgendwie 13 oder 14 war. Oh, oh. Ja, ja, und da gewonnen hatte und das war halt nicht so toll, deswegen haben sie die Mindestantwort auf 16 gelegt. Dann dürfen keine Tiere auf dem, auf dem, auf der Bühne auftreten. Oh ja, stimmt. Keine Tiere. Das weiß ich, weil ich beim Bullshit-Bingo auch immer Sachen mit Tieren aufnehme, die dann immer bei den Einspielern abgekreuzt werden, weil dann irgendwelche Hunde oder Pferde oder so in den Einspielern zu sehen sind. Titel muss zum 1. September des Vorjahres veröffentlicht worden sein. Also was davor veröffentlicht worden ist, ist nicht erlaubt. Dann haben wir noch, was hatten wir noch? Wie war das, es gab da irgendwie Sequenzen, nur vier Töne vorher schon mal in anderen Liedern gegeben haben oder so? Da war doch mal was bei Stefan Raab, dass die Leute dachten, da wäre was von den Spice Girls, aber dann hatte er geschickterweise irgendeinen anderen Ton eingebaut und dann war es keine Sequenz mehr. Ja, also so Plagiatsvorwürfe gibt es halt immer, ne? Das ist halt, ja, es dürfen halt keine Cover-Songs in dem Sinne auch sein, ne? Also es muss halt alles im Grunde komplett neu sein, wobei da muss man ja dann auch manchmal ein bisschen, das ist Interpretationssache, so, was hört sich jetzt, ne? Und das Wichtigste, es dürfen keine politischen Botschaften in den Songs sein. Was ja schon mal dazu geführt hat, dass zum Beispiel, das hat er schon mal, nicht funktioniert, als Georgien mit We don't wanna put in sozusagen versucht hat, einen Anti-Putin-Song ja, zum ESC zu schicken und die EBU gesagt hat, nee, 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 das geht nicht, tut mir leid, oder auch so Werbenamen, also den Facebook-Song von San Marino, den Raif Zili geschrieben hat, da hieß der Facebook OOO und da muss dann Social Media Song heißen und so, also da gibt es schon ein paar Dinge, wo dann halt auch Sachen rausgestrichen werden müssen. Ich glaube, es gab es bei Schweden jetzt auch mal, wo dann, weil Fuck zum Beispiel nicht gesagt werden darf beim Eurovision Song Contest, ja, das ist das ein bisschen Amerikanisierung der Sprache bei der EDU, aber viele Sachen wird halt nicht erlaubt, die irgendwie den Kindeswohl ja, schaden könnten. Ja, so wie in der Türkei, ne? Also man kann ja den Kindern nach 21 Uhr nicht zumuten, eine Frau mit Bart irgendwie ansehen zu müssen, das war dann so auch das Argument dabei irgendwie, also ne, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles so zusammengetragen und das ist, ja, also super zusammengetragen und wir haben ja auch schon irgendwie eine erste Liste, die führen wir auch nochmal auf der Webseite auf. Es sind jetzt, das ist jetzt so erklärungsbedürftig, glaube 40 Länder sollen angeblich geknackt sein, wobei ich glaube, die Einladung an Australien ist ja noch nicht sozusagen raus, aber die werden wohl höchstwahrscheinlich auch irgendwie dabei sein. Wer wohl nicht dabei ist, ist wohl Bulgarien. Die haben aus Kostengründen gesagt, sie können leider nächstes Mal oder 2019 beim Eurovision Song Contest nicht teilnehmen, aber Sehr schade, die mochte ich dieses Jahr sehr. Ja, aber die, bei denen hat's dann irgendwie auch, bei denen hat's dann auch, glaube ich, mal ganz gut gefruchtet, die waren ja davor auch mal so zwei, drei Jahre weg und sind dann wiedergekommen und haben dann richtig so mit Christoph Christolf irgendwie dann auch noch gute Platzierungen auch erzielt. Platz zwei. Polly Genova hatte irgendwie Platz vier, also dieses Jahr war dann nicht so doll, aber, dass man da vielleicht auch, so manche Länder sollten vielleicht auch tatsächlich mal pausieren und dann wieder stark wiederkommen, das hat zumindest Bulgarien sehr, sehr, sehr geholfen und Russland steht auch noch die Einladung aus oder die Anmeldung. Ja, ich glaube eher, ich glaube eher, dass sie dabei sind, genau. Ja, ich glaube auch. Also gerade in Israel muss Russland eigentlich dabei sein. Ja, ja, das stimmt. Also es ist einfach, das ist wirklich, da laufen dann so viele Leute rum, die sich darüber freuen. Aber es gibt immer sehr, sehr gute Punkte aus Israel, ne, für Russland. Das ist immer, fast immer. Ja, ja, na klar. Mindestens acht Punkte oder so oder zehn Punkte gibt es irgendwie immer für Russland, ja. Wie gesagt, da leben halt einfach super viele Leute, die so Anfang der 90er aus der Sowjetunion, also aus der dann zusammengebrochenen Sowjetunion ausgewandert sind. Na klar, haben die da noch eine Affinität. Ja, das ist halt irgendwie. Ja, und das kleine San Marino weiß auch noch nicht so recht. Erst haben sie gesagt, sie wollen, sie wollen einen, sie wollen diesen Vorentscheid, den sie letztes Jahr oder in der letzten Saison wieder neu aufgelegt haben. Dieses One in 360 irgendwie. One in 360. One in 360. Und ja, und. Ich dachte, du sagst jetzt, sie schicken nur noch den Roboter dieses Jahr. Also, man weiß es, man weiß es nicht. Also, ich meine, künstliche Intelligenz ist ja im Vormarsch und da könnte es natürlich sein, dass sie, dass sie in diese Richtung gehen. Aber letztes Mal war das schon so konfus. Die haben irgendwie gefühlt 15 Mal die Regularien irgendwie geändert und da ist dann nachher auch keiner mehr durchgestiegen und am Ende sind dann irgendwie diese beiden Mädels da irgendwie bei rausgekommen mit ihren Robotern und also es war irgendwie ganz, ganz furchtbar und ja, ich glaube. Die haben aber noch ein ganz anderes Problem. Also, die haben ein Moderationsproblem. Die brauchen einen neuen Moderator für diese Show. Bitte. Wenn ihr das dann nochmal machen solltet, bitte holt euch einen anderen Moderator, weil dieser Moderator war das Schrecklichste, was ich je gesehen habe. Weil er hat nur Amazing, Perfect, Brilliant, also das andere Wörter kannte er nicht. Also, das fand ich ganz schlimm. Mit der Moderation im sanmarienischen Fernsehen, das konnte man sich als, 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 ja, fernsehgeneigter Zuschauer nicht antun. Ich würde mal sagen, das könnte doch dann auch der Roboter machen, oder? Ja, stimmt, ja. Bitte, bitte. Bitte eine künstliche Intelligenz, ja, gerne, ja. So random-mäßig irgendwie kann er dann so Amazing, Super, Perfect, irgendwie kann er da sagen. Alexa nehmen einfach. Ja, genau. Kann Alexa moderieren. Ja. Oder Google, der Google-Assistent oder Siri wäre auch noch interessant. Siri, wenn Siri moderiert den Vorscheid von sanmarienischem Fernsehen. Finde ich gut, ja. Ja, dann sind wir ja auch schon voll, äh, drin. Wir haben nämlich, ähm, auch wieder Neues, äh, zum deutschen Vorentscheid, unser Lied für Tel Aviv. Da hat es jetzt, äh, den sogenannten Kandidaten-Workshop gegeben. Ich kann ja nochmal eben eine kleine, eine kleine Rückblende machen. Äh, das haben wir ja letztes Mal schon erzählt, aber für die, die es noch nicht gehört haben, es waren, äh, rund, äh, äh, tausend, ähm, Interessierte, die sich, ähm, gemeldet haben beim NDR, ähm, und, äh, 465 Bewerber, äh, kamen noch dazu. Und dann wurde beim NDR, ähm, diese Auswahl auf 200 Beiträge oder auf 200 Künstler irgendwie halt runtergebraten, über die das, äh, Eurovisionspanel dann entschieden hatte. Und, äh, die 50 Besten sind dann weitergekommen und sind jetzt von einer internationalen Jury, ähm, weiter bewertet worden. Und am Ende waren jetzt 20 Kandidaten für dieses, ähm, ja, Komponistencamp, nee, Komponistencamp war es jetzt noch nicht, aber Kandidatenworkshop, wo sich einfach die Kandidaten jetzt einfach mal, ähm, erst mal, äh, ja, akklimatisieren konnten. Ist der ESC überhaupt was für sie? Und so weiter. Und da sind jetzt, äh, also es sind nicht alle Namen bekannt, weil wohl einige sind wohl abgesprungen und einige sind wohl, ja, ich würde mal sagen, vielleicht auch noch so bekannt, dass sie sagen, sie wollen jetzt, äh, noch nicht, ähm, äh, sie wollen jetzt irgendwie noch nicht sich, äh, ähm, raustrauen in die Öffentlichkeit und sagen, ich bin jetzt in diesem Kandidatenworkshop gewesen. Aber es waren ja schon jetzt wirklich eine ganze Reihe, ähm, von Kandidaten sind ja aufgetaucht und, äh, da kann ja Dennis mal was dazu sagen. Ja, aber was muss man dazu sagen? Moos, es gibt noch Kandidaten, die, äh, überhaupt beim Workshop nicht dabei waren und noch in dieser, in dieser, ja, in diesem Pool noch mit drin sind. Das heißt, das, da wird, da gibt's auch ein paar versteckte Leute, die wir entweder gar nicht kennen oder noch gar nicht beim Workshop überhaupt waren, sondern nur ein, ein Video aufgezeichnet haben, irgendwie extern, um dann halt in diesem Pool noch drin zu sein. Das heißt, es gibt auch noch eine, ja, so sozusagen eine Nullnummer, ne, die wir nicht kennen, also überhaupt nicht wissen, dass die dabei sind oder so, also beziehungsweise das ist, das ist mehr, es sind noch definitiv mehr als 15 Leute, die dort in diesem Pool sein werden. Also wir haben dieses Jahr sehr, sehr viele Casting-Sternchen, sagen es mir mal nett ausgedrückt, äh, obwohl ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, denn es gibt ein paar gute Leute, finde ich dieses Mal dabei, also ich zum Beispiel, ich will jetzt nicht alle nennen, ich hab zum Beispiel, wen ich sehr, sehr interessant finde, ist Sebastian Schub, Schub, ja, Sebastian Schub, der ist Singer-Songwriter. Ist der auch aus einer Casting-Show? Ne, der ist nicht aus einer Casting-Show. Das ist einer der wenigen, der nicht aus einer Casting-Show. Ich wollte kurz sagen, der kam mir noch gar nicht bekannt, der, der ist irgendwie Singer-Songwriter, äh, studiert irgendwie in, in, in England, oder lebt in England, ist aber deutscher, kommt aus Hamburg, glaube ich, ne, wenn ich mich nicht ganz irre, aus Hamburg kam, und hat eine sehr, sehr interessante Stimme, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber er ist mega interessant, weil er so eine rauchige, so eine rauchige Stimme hat, extrem, ja, Singer-Songwriter-mäßigen Sound drauf hat, den ich extrem interessant finde. Wie ist das bei euch so? Ich fand, wie, er klingt ein bisschen wie der Sänger von Ann-Mai-Kante-Reit, nur in gut. Nur in gut. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also, weil der von Ann-Mai-Kante-Reit, der hat halt irgendwann immer nur noch dieses Schreien, und dann ist man so ein bisschen genervt, und man, es hört sich nur noch an, als wäre er heiser, aber er ist schon irgendwie spannend, und das Spannende hat jetzt der Sebastian auch, aber er, er leiert sich nicht so aus zum Ende seiner Lieder hin. Genau. Ja, die Stimme hat sehr viel Charakter, ne? Und, äh, das ist ja auch oft so, ähm, es gibt ja wirklich auch eine ganze Reihe von, äh, Musikern und Sängern, die wirklich gut singen, aber sie singen halt so, wie jeder, äh, tausendste oder so irgendwie, äh, auch, wo man so denkt, ach ja, habe ich ja auch schon mal gehört, und, ähm, der hat halt so eine sehr besondere Stimme, und, äh, der ist mir eigentlich auch aufgefallen, äh, zumal ich im Moment von diesem Material sonst auch, ähm, ja, ist, ist okay, aber jetzt irgendwie, da, da würde mir jetzt im Moment auch, äh, weiterhin, außer jetzt dem Sebastian auch niemand so ins Auge stechen, wo ich jetzt sagen würde, ja, der ist jetzt besonders gut. Ja, dann sag mal. Also ich, ja, dann sag doch erst mal. Mach du erst mal, Becci, bitte. Ja, mach Becci erst mal, genau, genau. Okay. Also ich, jetzt weniger von den Videos, die es so im Internet gibt, aber die Bibi Thomas, also ich oute mich hier als The Voice-Guckerin, und, äh, die war hervorragend bei The Voice. Also ich war wirklich richtig enttäuscht, dass sie das nicht gewonnen hat. Die ist ja, glaube ich, auch bis ins Finale gekommen und dann aber da jetzt eine der ersten ausgeschieden. Und die ist wirklich, also die, die hat da alle Lieder aus dem Stand gefühlt mit einer Range gesungen, die so Beyoncé-mäßig war. So jetzt die Videos, die man von ihr sieht, sind dann von den Liedern eher so Rihanna, wo die Stimme nicht so richtig gut rauskommen kann. Aber wenn die ein Lied kriegen würde, wo die einen so richtig auf die Kacke hauen dürfte mit der Stimme, das wäre schon geil. Also ich hätte noch Gregor Hegele, den ich irgendwie von der Stimme auch interessant finde. Er scheint auch noch nicht so verbraucht zu sein. Also irgendwie scheint er auch extrem sympathisch zu sein. Ich habe mir nochmal die ganzen Casting-Sachen von dem Mann gehört. Er ist ja, glaube ich, bis ins Finale gekommen oder, ja, ins Finale gekommen bei The Voice. Er war auch lange als Favorit gehandelt. Ich finde das sehr, sehr interessant, was er macht. Wir müssen mal sehen, wenn er wirklich dann eigene Lieder singt, wie das dann klingt. Weil derzeit gibt es ja nur Covers. Es gibt da kein eigenes, kein eigenes Songmaterial von ihm. Und da, glaube ich, könnte er so der kleine Underdog in dieser Auswahl sein, der, wenn er einen guten Song hat, könnte der durchaus interessant werden. Also das ist noch einer der wenigen, Aber jetzt mal strategisch gedacht, findet ihr nicht, dass der dem Schulte ein bisschen zu ähnlich ist? Also jetzt außer die, dass er keine roten Löckchen hat. Aber so vom Typ, von der Stimme, von der Art der Lieder, die der wahrscheinlich singen wird? Weiß ich nicht. Also er singt auch auf Deutsch. Also es gibt auch Titel von ihm auf Deutsch. Das klingt auch extrem interessant. Das ist dann nochmal eine andere Farbe. Ich glaube, wenn der was auf Deutsch bringt, was er auch sehr gut singen kann in seinen Covers, gibt es da zwei, drei Lieder, die er auf Deutsch singt. Das könnte auch interessant werden, wenn der auf Deutsch singt. Weil ich würde mir lange Zeit mir ja gerne mal wieder einen deutschen Titel wünschen, den es ja lange Zeit nicht gab. Das letzte Mal, Roger Cicero, hat einen deutschen Titel gehabt. Und ich glaube, mit einem guten deutschen Titel, der gut gemacht ist, hätten wir auch ganz gute Chancen. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem. Also mir springen da im Moment nicht so wahnsinnig viele Leute hervor. Also ich finde schon, das Material ist schon sehr gut. Also wahrscheinlich hat da Michael Schulte auch ein bisschen vorgearbeitet, dass ich tatsächlich auch wirklich etwas mehr, auch gute Leute da hingetraut haben, die jetzt gesagt haben, na, vielleicht ist das jetzt doch irgendwie eine ernst zunehmende Geschichte, die da der NDR auf die Beine stellt. Aber es ist jetzt noch nicht so, finde ich, der herausragende Künstler. Also selbst auch der Daniel Schumacher, der von DSDS ja irgendwie halt kommt. Das ist halt auch irgendwie. Also ich finde, dass jemand von einer Castingshow kommt, finde ich nicht verkehrt, weil es tatsächlich auch, es gibt ja auch in dem Sinne sonst keine anderen Musiksendungen mehr, außer wenn du bei Silbereisen irgendwie halt auftrittst und oder im ZDF Fernsehgarten oder so. Insofern, ja, ist es dann auch natürlich jetzt kein Makel, wenn jetzt sich jemand auch in so einer Wettbewerbssituation, in einer Castingshow meinetwegen bei Voice of Germany oder so durchgesetzt hat. Aber wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, man müsste jetzt da auch einen dazugehörigen Song irgendwie da auch mit dazusehen. Das ist halt so ein bisschen. Man muss ja auch dazu sagen, Netta zum Beispiel hat bei Rising Star mitgemacht, also eine Castingshow, die bei uns in Deutschland ja leider nicht so wirklich erfolgreich war. Es gab nur eine, ich glaube eine Staffel, die ein paar Folgen lief und da die Quoten so schlecht waren, wurde die Sendung abgesetzt. Die Sendung wurde auch sehr oft verkauft, die israelische Sendung wurde auch sehr oft verkauft in der Welt. Also es ist jetzt nicht ganz so unbekannt, aber auch in den USA lief sie ganz gut ein paar Staffeln und ist dann auch abgesetzt worden. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob das jemand schon gesehen hat, das ist so eine Art Social Media Castingshow, wo Leute mit einer App abstimmen können über den Künstler, der dort ist und die Jury hat dann nochmal zusätzliche Prozente, die sie dann auf den Künstler hochrechnen kann und wenn er eine bestimmte Prozentzahl erreicht, kommt er in der nächsten Runde weiter. Und das ist in Deutschland leider nicht wirklich erfolgreich gewesen, aber es ist eine Sendung, die durchaus Erfolg für Israel hat. Ich meine, die suchen ja damit, den Künstler schon seit einigen Jahren damit und sind damit eigentlich immer ziemlich erfolgreich gewesen bisher in den letzten Jahren und Netta hat jetzt diesmal gewonnen mit einer Castingshow. Also Castingshow heißt jetzt nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Ich glaube, dass manchmal sogar nicht so schlecht, wenn ein Castingshow-Teilnehmer beim ESC teilnimmt, weil er den Wettbewerb-Charakter schon kennt. Und man konnte jetzt so ein bisschen lesen, dass es ja so in die Richtung geht, dass der ganze Wettbewerb ist jetzt wieder so intransparent und es dürfen irgendwie nur die Vivi-Blocker, nicht die Vivi-Blocker, die Prinz-Blocker dürfen da irgendwie drüber berichten und so weiter. Ich finde diese Kritik eigentlich ein bisschen unbegründet, weil man muss natürlich auch den Künstlern da so ein bisschen die Möglichkeit geben, in so einem geschützten Raum sich da vielleicht auch erst mal so ein bisschen zu erproben und ob das irgendwie halt was ist. Wie seht ihr das? Findet ihr, dass da mehr Öffentlichkeit sein sollte oder müsste das dann, ist es so gerade gut, wie es jetzt ist? Also ich kriege jetzt nicht so viel davon mit, wer, wann, wie, wo, worüber berichten darf. Ich finde grundsätzlich, dass das Ganze in Deutschland ein bisschen mehr Öffentlichkeit haben sollte, aber ob das jetzt unbedingt bedeuten muss, schon in einer Phase, wo noch 40 Leute drin sind, bis ins kleinste Detail über jeden zu berichten oder so, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also ich würde mir da eher wünschen, dass so der Vorentscheid selber mal ein bisschen mehr gepusht wird und nicht so eine lahme Sendung immer wird. Ja, mal gucken, ob das mit Barbara Schöneberger dann noch besser wird. Was wir zwei, also was wir und ich immer gerne gesagt haben, ist, wir wünschten uns ja eine Sendung mehr mindestens, um halt auch den Künstler kennenlernen zu können, weil wenn ich ja jemand Unbekanntes, also es gibt ja einige unbekannte Leute bisher dabei, also die zwar irgendwie bekannt sind, aber nicht so bekannt, dass jetzt die jeder irgendwie kennt. Und eigentlich bräuchte man noch eine, sozusagen eine Vorentscheid-Sendung, wo man die erst mal kennenlernt und dann einige ausgesiebt schon werden, um dann halt den Künstler oder Künstlerin dann noch besser kennen zu werden in der nächsten Sendung und dann wird das Song vorgestellt und so. Das würde ich halt noch gut finden. Das machen die Franzosen zum Beispiel. Die machen zwei Vorauswahlsendungen und dann das Finale, also wie beim ESC. Und das machen die schon sehr, sehr gut und sowas würde ich mir halt auch in Deutschland wünschen. Aber das Problem ist, die ARD gibt nicht gerne Sendeplätze frei und deswegen ist das so ein bisschen schwierig, weil der NDR ist ja für Unterhaltung zuständig und hat nicht so viele Sendeplätze zur Verfügung, um halt den Vorentscheid auch mal mehrmals in das ARD-Programm zu bringen. Aber wir arbeiten dran, dass das... Ja, wir versuchen das, ja. Wir versuchen mal mit Thomas Schreiber zu reden. Wir wirken darauf ein und in ein paar Jahren haben wir so ähnlich wie das Melodiefestivalen, wo es dann gefühlt irgendwie seit ab Januar losgeht und dann bis Ende März dann irgendwie jede Woche eine Folge. Auch wenn das gut gemacht ist und wenn gutes Musikmaterial dabei ist, bin ich immer dabei. Ja, da können wir drüber reden, aber ich habe lieber weniger Sendungen, lieber nur drei oder zwei Sendungen als sieben, die die Schweden ja machen, sieben Sendungen und da ist es ja auch nicht transparent, wer da in diesen Vorentscheid kommt. Also da weiß man halt auch nicht, wie das funktioniert. Also man hat da zwar irgendwie Regelungen 50 Prozent, wie weiblich, 50 Prozent von weiblichen geschrieben, Menschen geschrieben, von männlichen Menschen klingt irgendwie doof, geschrieben, also von Komponistinnen und Komponisten geschrieben ist, dass es sozusagen eine 50-50-Quote ist. Das ist sehr, sehr gut, finde ich, auch in Schweden gelöst, aber es gibt da halt ein paar Dinge, die vor allem gerade in der Songauswahl ein bisschen stocken und bei der Sendung selber gibt es ein paar Probleme, aber das würde in Deutschland glaube ich nicht so funktionieren. Ich würde das auch gar nicht wollen, dass ein Melodiefestival in Deutschland irgendwie existiert. Das wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Da muss man nicht, jedes Jahr muss da irgendwie seinen eigenen Weg finden, aber mindestens eine Sendung mehr wäre das schon ziemlich toll. Naja, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, was man nachher in so einer Auswahl fürs Publikum an Material zur Verfügung hat und wenn du da eben halt dann wirklich 30 gut Acts hättest, dann ist es wahrscheinlich ja, dass du dann eben halt in drei Shows das irgendwie halt abhandelst, aber ich gebe dir recht, so wie zum Beispiel auch in Litauen, wo gefühlt zwei Jahre vorher die Vorentscheidsrunden laufen und man denkt immer so, sind die immer noch nicht fertig, das ist ja schon Runde acht oder so. Also und wenn man dann überlegt, was bei Litauen dann manchmal auch so rauskommt dabei, also dann ist es natürlich irgendwie, ja, dann denkt man sich auch lieber, macht mal lieber weniger, aber es ist halt so, wie es ist und was aber ganz schön ist, es sollen ja irgendwie die Plätze ein bisschen aufgestockt werden, es sollen da eventuell ja bis zu zehn Plätze nachher im Vorentscheid sein, vielleicht sind es auch nur acht, aber es ist dann schon mal ein bisschen mehr Auswahl als vielleicht eben in diesem Jahr oder in der letzten Saison, das werden wir dann irgendwie dann auch noch mal gucken. Ja. Mein Wunsch wäre ja, dass noch mal ein paar mehr Gruppen und nicht nur Solo-Künstler immer unterkommen würden, also sei es irgendwelche Duette, die mehrstimmig singen oder irgendwelche Bands oder so, das finde ich schon cool, wenn da noch mal ein bisschen mehr Diversität diesbezüglich reingeht. Also das ist, glaube ich, nur diese Gruppe Barna, die jetzt da als Gruppe da irgendwie antreten und das ist, da können wir dann ja irgendwie auch noch mal eben kurz thematisieren, Herr Drangsal ist ja jetzt nicht dabei. Oh, das tut mir aber leid. Kennst du Drangsal, Becky? Nee. Der ist so ein bisschen gehypt worden, auch von Stefan Spiegel, dem Moderator hier vom Songcheck über Instagram, macht so ein bisschen so eine Mischung aus Tokio Hotel und Ärzte, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nee, 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 gemein ist es nicht. Für wen ist das gemein? Also ich würde das eher sagen, es ist so 80er Synthpop mit ein bisschen Ärzte verschlagt, würde ich es eher nennen, als Tokio Hotel ist ein bisschen weiter hergeholt. Aber gut, machen wir weiter. Machen wir weiter, Sascha. Ja, aber selbst deine Formulierung ist doch auch nicht schlecht, oder? Oder wie meinst du das jetzt? Ja, 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 aber so Tokio-Fans, das finde ich doch ein bisschen sehr abwertend, aber obwohl, die haben erfolgreich. Nein, 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 das war jetzt nicht abwertend gemeint. Also Tokio Hotel ist eine sehr erfolgreiche Band gewesen und das, das will ich, das will ich jetzt, das wollte ich jetzt auch gar nicht so schlecht irgendwie machen. Also diese, diese Mischung, die ist da, glaube ich, auch schon rauszuhören. Und ja, ich würde mal sagen, wenn man, wenn man so reinhört in seine Platten, das ist so 50-50. Einige Sachen sind ganz gut, einige sind nicht so gut. Er hat auch ein bisschen mal sich, sich gewandelt. Er hat dann auch mal auf Deutsch gesungen, mal auf Englisch. Und das, das war eigentlich ganz passabel. Nur was jetzt irgendwie, jetzt hieß es dann, er ist dann also auch raus. Also die internationale Jury hat ihn da eben halt nicht nominiert für die 20, eine der 20 Teilnehmerposten. Und ja, und er hat dann jetzt so ein bisschen, unter anderem auch gegen die Barna irgendwie halt so ein bisschen gehatet, was ich jetzt dann tatsächlich auch nicht so toll fand, weil das ist natürlich dann auch so ein bisschen so, geht dann in Richtung schlechter Verlierer. Und das fand ich dann auch nicht so gut, wobei ich ihn schon ganz gerne in der Auswahl irgendwie tatsächlich auch gesehen hätte. Aber da muss man schon auch so ein bisschen fair sein, wenn es dann irgendwie halt nicht passt, dann dann passt es halt nicht. Und dann kann man ja mindestens irgendwie mal sagen, okay, vielleicht probiere es dann beim nächsten Mal oder ich versuche es dann nicht mehr. Aber das fand ich dann an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen sehr deplatziert. Also schade eigentlich, weil ich die Musik eigentlich ganz gut fand. Also muss ich sagen. Ja, gut, ich konnte damit nicht so viel. Er ist schon am Anfang an, nicht viel anzufangen, damit ich mal so eine andere Meinung hast. Aber ja, er hätte da glaube ich ein bisschen anders umgehen mit müssen. Vor allem, was so in den Kommentarspalten dann abging, vor allem bei Instagram und auch beim Prinzblog gab es einige nicht schöne Kommentare, auch gegenüber dem Prinzblog und so. Also das war schon ein bisschen schwierig. Ja, ach so, genau. Und dann gibt es noch, dann gibt es jetzt sogar schon die Termine für den sogenannten Songcheck mit Alina Stiegler und Stefan Spiegel. Das sind vier Termine, die finden zwischen dem 12. und 18. 14. und für jeden ESC-Fan eigentlich so ein Pflichttermin irgendwie, weil da natürlich noch mal alle Songs wirklich dann angespielt werden und dann bewertet werden von den beiden. Und es gibt wohl irgendwie wieder Einspieler oder auch nicht. Das genaue Konzept, das wissen wir ja noch nicht. Da werden wir dann mal schauen, wie das dann im Jahr 2019 dann über die Bühne geht. Vielleicht bist du da wieder dabei. Vielleicht bist du ja wieder dabei. Wer weiß. Das weiß ich nicht. Ich wollte gerade noch sagen. Ja, also ich kann ja natürlich schon mal signalisieren an den NDR, dass ich sicherlich Interesse dran habe. Es hat mir letztes Mal ja auch super viel Spaß gemacht, daran mitzuwirken. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Und wir werden mal sehen, wie es dann ausschaut. Aber zumindestens kann man sich den Termin schon mal in den Terminkalender eintragen. Und dann werden wir dann einfach mal schauen, wie die Kollegen vom NDR das dann auch im nächsten Jahr machen werden. Ja, dann kommen wir zu der, zu unserer Rubrik, was sonst noch wichtig war. Es steht der Junior Eurovision Song Contest 2018 an. Und zwar findet der in Minsk statt am 25. November 2018. Ich kann ja noch mal eben kurz einen kleinen Abriss machen, bevor wir da loslegen. Es haben diesmal 20 Länder teilgenommen. Ich glaube, das ist jetzt auch Teilnehmen. Oder Nebendaran teil. Und jedenfalls sind da halt die, also die Teilnehmerzahl muss wohl auch schon Rekord sein. Ich glaube, so viele hat es, glaube ich, noch nicht so gegeben. Jedenfalls, sonst waren es immer so zwölf oder vierzehn. Erstmalige Teilnehmer sind Kasachstan und Wales und wieder Teilnehmer sind Aserbaidschan. Frankreich ist dabei und natürlich der Gastgeber des ESC 2019, nämlich Israel. Und die übrigen, die sind dann mehr oder weniger da schon irgendwie dabei gewesen. Deutschland nimmt nicht daran teil. Die haben bereits im Mai schon bekannt gegeben, dass Deutschland in Minsk nicht dabei ist. Und deswegen werden sie da auch, auch in 2019, ich habe mal nachgelesen, 2003, haben sie ja mal angekündigt, sie würden daran teilnehmen, haben dann noch kurzfristig dann die Teilnahme wieder zurückgezogen. Dann wurde 2004 anvisiert und das hat man dann aber auch wieder zurückgezogen. Und seitdem ist eigentlich in Deutschland still ruht der See und da möchte man eigentlich nicht beim Junior Eurovision irgendwie halt dabei sein. Ja, es gibt eine Playlist irgendwie schon mal. Es sind, glaube ich, fast alle Titel sind irgendwie schon bekannt. Ist euch da irgendwas aufgefallen, was euch jetzt so gerade so ins Auge springt, wo man sagt, das könnte jetzt der Hit werden beim Junior Eurovision? Kasachstan finde ich interessant, weil Kasachstan ist irgendwie nochmal, klingt so sehr international, obwohl es auf Kasachisch, sag mal Kasachisch, ich glaube er doch, irgendwie ist. Ich glaube schon, ja. Es ist ein sehr gut gemachter Song, aber ansonsten finde ich es ziemlich belanglos. Also es ist sehr, sehr belanglos. Auch Australien, die so ein, die so ein, ja, so ein Highschool-Musical-angehauchten Song dort schicken, also als Ballade. Es ist irgendwie, ja, sehr belanglos. Ich weiß nicht, ich kann da überhaupt keinen Favoriten raus hören oder sehen, weil ich glaube, wenn das live als Performance ist, ist das nochmal was anderes, weil diese Studio-Versionen sagen eigentlich überhaupt nichts aus. Null. Ist das nicht eh immer so, wenn man dann da diese Kinder auf der Bühne hat, dass man das eigentlich so niedlich findet und es gar nicht so sehr um die Lieder geht? Also das hat sich ein bisschen geändert. Also das ist in den letzten Jahren sehr, sehr professionell geworden und deswegen ist auch im Moment gerade die Schwierigkeit, weil sie halt alle so hochprofessionalisierte Clips irgendwie produzieren und du kannst gar nicht mehr so wirklich sehen, kann der jetzt auf der Bühne oder sie dann wirklich auch singen und das, also es ist, manchmal ist es ein bisschen sehr hart an der, ich sag jetzt mal, pädophilen Linie so, wo man so denkt, ein bisschen, bisschen too much irgendwie halt, aber es ist schon ganz oft dann irgendwie auch so ein bisschen gemanagt, dass es noch so einigermaßen annehmbar irgendwie halt ist, aber da gibt es irgendwie so relativ wenige, ich glaube Wales war glaube ich eine Live-Version, ich glaube aus Armenien, den Jungen fand ich irgendwie auch noch ganz niedlich irgendwie, der hat irgendwie, der hat dann irgendwie auch, der spielt dann so Playback dann so auf seiner Trompete oder so, das ist dann irgendwie noch ganz, ganz witzig, aber eben ist es dann halt auf der Bühne und live und man kann so ungefähr dann einschätzen, wie das dann irgendwie halt nachher da sein wird, aber die meisten Sachen sind dann halt irgendwie auch mit der, mit der Drohne irgendwo aufgenommen, so von oben und dann Haar und schöne Landschaft und so weiter und das, und die Lieder hören sich dann auch irgendwie auch ganz gut an, aber es ist halt dann auch oft so ein bisschen, ja, das ist dann auch sehr schnell, wenn es dann ans Live-Singen gehen muss, dann auch sehr schnell einbricht, ne, also so, die letzten ein, zwei Jahre war das auch so bei den Australiern, wo man immer so dachte, ja, super, das ist wieder genau Australien und dann singen die dann live und dann ist es so ein bisschen, klar, das sind ja Kinder, ist klar, aber dann würde ich es besser finden, wenn sie dann lieber irgendwie auf einer Bühne so in so einer vor Publikum irgendwie solche Clips dann irgendwie halt machen, wo man so ein bisschen einschätzen kann irgendwie, wie sind die dann auch auf der Bühne, weil es ist ja halt dann auch tatsächlich irgendwie so eine Live-Situation, ne. Ja, also, ja, also wie gesagt, jetzt so im Genaueren hat, habe ich es mir jetzt dann auch nur, ich glaube, zweimal habe ich mir jetzt die ganze Line-Up einmal angehört. Jetzt ist die letzten Tage ist noch Frankreich dazugekommen, das ist jetzt irgendwie auch noch irgendwie ganz, ganz nett, aber ist halt, wie gesagt, auch eben halt alles so ein bisschen aus der Konserve. Wir werden auch den Stream zur Verfügung stellen auf unserer Seite escgreenroom.de. Da haben wir jetzt auch schon mal so die einzelnen bekannten Termine der Vorentscheide auch eingetragen, sodass ihr dann an dem Samstag oder wann das dann immer stattfindet, auch nicht im Internet nach den Streams suchen müsst, sondern ihr braucht euch einfach nur an uns zu halten und wir halten dann diese Streamlinks dann auch vor, sodass ihr euch dann auch diese Vorentscheide auch alle anschauen könnt. Gut, ja, dann machen wir weiter mit Australien, nicht Dennis? Genau, es gibt jetzt das erste, allererste Mal einen Vorentscheid in Australien. Also, sie wollen eine Sendung machen, wie ich das mitbekommen habe, es steht auch nicht genau fest, wie das funktionieren soll, ich habe es auch nicht ganz verstanden, es sollen irgendwie im Vornherein irgendwie intern irgendwie Künstler ausgewählt werden, die dann beim Vorentscheid teilnehmen. Das Ganze heißt dann Australia Decide? 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 Haben sie ein bisschen geklaut von den Briten, oder? Eurovision Decide? Nee, You Decides heißt es bei der BBC und Australia Decides, genau. Ja, genau, ein bisschen so abgekupfert, mal gucken, wie sie es machen. Sie haben ja wohl auch unseren lieben Björkmann zur Hilfe geholt für die Produktion, so wie ich das gelesen habe, wie das ja auch so oft gemacht wird, man muss zusagen, es ist ja schwedische Producer für das Melodie-Festivalen, der sehr oft jetzt in anderen Ländern geholt worden ist, um den Vorentscheid mitzukonzepieren. Das kann gut sein, muss aber auch nicht unbedingt immer gut sein. Und ich bin gespannt, was die guten Australier daraus machen werden. Also, ich habe keine Ahnung, wer da teilnimmt, werden wir sehen. Es gibt da viele gute australische Künstler, von daher können wir gespannt sein, wer da zukommt. Ich weiß nicht. Ja, es ist ja in diesem Jahr so ein bisschen gekippt, da waren sie ja nur noch so im Mittelfeld, die ersten paar Jahre, wo sie teilnahmen, waren sie ja recht erfolgreich. Dami Im hat sogar irgendwie den zweiten Platz irgendwie 2016 gemacht. Aber der Hype um Australien ist auch so ein bisschen gekippt. Aber das liegt natürlich daran, dass die Punkteverkünderin nicht da ist. Das stimmt, das ist wahr. Ja, genau. Die hat ja den Hype erst groß gemacht. Die war doch wohl wirklich toll. Das stimmt, ja, ja. Das ist richtig. Aber es war auch, dieses Jahr war die Bühnenperformance auch von, jetzt fehlt mir gerade der Name. Ja. Egal. Ich weiß nicht, wie sie aussah. Egal, wir tragen es nach. Das war halt irgendwie, das war auch nix, ne? Das war auch wieder ein hochgehyptes, hochgehypter Videoclip. Aber auf der Bühne war es irgendwie, erst mal hat das Kleid nicht gestimmt. Mowboy meinst du? Ja, Jessica Mowboy, genau. Mowboy, genau. Dass man gesagt hat, wir müssen da ein bisschen gegensteuern und wir müssen das irgendwie ein bisschen anders aufziehen. Und wenn sie das jetzt in einem Vorentscheid irgendwie halt aufstellen, dann glaube ich, könnte da was Schönes bei rauskommen. Wie gesagt, nur wir müssen eben halt am Sonntagmorgen ganz früh aufstehen und müssen dann eben morgens um sechs oder so müssen uns das dann irgendwie halt anschauen. Oh Gott, schlimmer als die Olympia irgendwie morgens zu gucken oder so. Das ist ja auch so. Da gibt es ja auch solche Zeiten, wo man sich dann Olympia-Sachen irgendwie um sechs Uhr morgens angucken muss, damit man sie überhaupt sehen kann. Ja. Schön. Dann haben wir leider eine, sagen wir mal, sehr, sehr traurige Nachricht. In Dänemark ist ja gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein bisschen umgebaut worden, denn es gibt dort keine Beiträge mehr, die die Bürgerinnen und Bürger bezahlen, sondern es wird durch eine Steuer finanziert und der dänische Rundfunk muss sparen und der hat an einem Ende gespart, was ich ein bisschen traurig finde, und zwar im ESC-Kommentator. Ole Töpholm ist ja gekündigt worden, also der ESC-Kommentator vom dänischen Fernsehen ist gekündigt worden und mal gucken, was das dänische Fernsehen jetzt macht, wer das dann kommentiert. Also ist ein bisschen schade. Es macht mir auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass da gerade so ein bisschen Umschwung ist in Dänemark und das jetzt auch über die Steuer finanziert wird und mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt mit dem Vorentscheid und mit der ganzen ESC-Teilnahme generell von Dänemark. Und der Ole war ja auch relativ lange, der war ja so ähnlich wie Peter Urban schon irgendwie dabei. Ich glaube 19 Jahre hat er jetzt schon den Kommentar gemacht und er kommt wohl im Sender wohl irgendwie wieder unter, habe ich gelesen. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie sie das machen werden, ob sie dann wahrscheinlich den Kommentar von der BBC übernehmen oder so. Das haben ja die Österreicher ja auch mal viele Jahre irgendwie so gemacht. Ja, wird man dann schauen. Also jedenfalls, klar, das sind natürlich diese Kommentatorkabinen. Die kosten ja in der Miete ja dann auch sehr viel Geld, die dann die Sender bezahlen müssen, damit man da eben halt seinen Kommentator reinsetzen kann. Und ja, Hotelkosten und so, das spielt ja auch irgendwie alles eine Rolle. Und das kann sich natürlich auch nicht unbedingt in jedes Land irgendwie. Ich glaube, der belgische Kommentator macht es ja direkt aus Belgien, den Kommentar. Also der ist gar nicht vor Ort. Also das ist natürlich, aber das ist so ein bisschen so typisch, so ähnlich war es ja auch auf der Kippe in der Schweiz, als man da diesen Volksentscheid gemacht hat, ob man das öffentlich-rechtliche Fernsehen irgendwie da auch abschaffen sollte oder nur noch über Steuern oder wie auch immer zu finanzieren. Das ist ja abgewendet. Das kann natürlich noch einige andere Sender irgendwie halt auch treffen. Ja, das wird noch richtig spannend. Ich hoffe, dass das nicht so negative, es hat negative Auswirkungen, da man ja weiß, dass es dort eine, in Dänemark auch eine rechte Regierung gibt, die sozusagen dann auch mehr Macht hat, um auf die Medien einzuwirken. Das ist schon ein bisschen problematisch. Und deswegen können wir froh sein in Deutschland, dass wir ein gebührenfinanziertes öffentlich-rechtliches Fernsehen beziehungsweise auch Radio haben. Das ist ein bisschen schwierig. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist ja auch in Israel, hat sich das ja auch ein bisschen verändert. Die haben das ja auch irgendwie verstaatlicht, oder? Das wird auch über Steuergelder finanziert. Das hat immer ein bisschen ein Geschmäckle, wenn man das ändert und die Regierung dann mehr Macht auf den Rundfunk hat. Ja, was haben wir noch? Nennen? Ja, netter, netter, ach so, wollte Becci noch was sagen? Achso, ich habe nur gelickt und gesteht. Ja, denn da in Israel war ja tatsächlich irgendwie, da ging es ja irgendwie darum, keine Nachrichten irgendwie halt mehr dort zu veranstalten, weil das wohl irgendwie Netanjahu auch nicht mehr so genehm war. Der alte Sender, ne? Das war ja irgendwie auch so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Netta tourt durch Europa und hat sich ja so die einigermaßen wichtigsten Städte und Länder irgendwie ausgeguckt. Und zwar geht das den ganzen November hindurch. Und unter anderem ist Netta auch am 15. November in Berlin im Lido. Ja, und ich bin da nicht mehr. Ich bin da auf Dienstreise, es ist so tragisch. Aber du könntest noch nach Köln zum Clubbahnhof Ehrenfeld. Da ist sie dann am 18. November. Also da könnte man sonst auch noch. Nach Hamburg kommt sie leider nicht. Schade. Und dann ist sie noch in Wien, Zürich, Paris und in London. Und ich glaube, das wird eine sehr fette Party, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil das Netta hat ja, glaube ich, auch so europaweit auch die Clubs mit ihrem Toy irgendwie dann auch erobert. Also das wird wohl auch überall rauf und runter gespielt. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich sehr, sehr lustig irgendwie halt. Hattest du mal geguckt, was die Karte da so kostet? Nee, habe ich dann am Ende nicht gemacht. Aber Freunde von mir wollen hingehen. Also kann es nicht so teuer gewesen sein, weil die eigentlich nicht zu so teuren Konzerten liegen. Ah ja, okay. Das wäre bestimmt irgendwie super gewesen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so teuer ist. Ich war so ein Fangirl von Netta, wirklich. Hast du auch so eine Winkelkatze? Wir sind so abgegangen, als die gewonnen hat, wirklich. Becky, hast du auch so eine Winkelkatze geholt? Nee, ich habe keine Winkelkatze mehr geholt, aber sehr lange geübt, diese Geräusche machen zu können, die sie kannt und gnadenlos gescheitert. Das glaube ich. Ist auch nicht wirklich einfach. Ja. Tja, was haben wir noch? Madame, Madame, Monsieur, Sammeln für die kleine Merci. Also der Song, der geschrieben worden ist von den zwei, von dem Duo. Die sammeln Geld, ne? Ja, das ist ganz niedlich eigentlich. Also die haben die Mutter und die kleine Merci, die praktisch, die eben halt auch über eines dieser Boote übers Mittelmeer alt auch geflüchtet sind. Die haben jetzt so eine Art Spendenkonto. Man kann ja so, man kann ja selber auch so Spenden initiieren in so einem Internetforum. Wir können das dann auch tatsächlich nochmal verlinken irgendwie. Und die haben da, da gibt es auch ein ganz niedliches Video, wo die Kleine dann bei der Sängerin da auf dem Schoß sitzt. Und sie singt dann dieses Merci-Lied und kriegt auch beim Singen immer wieder Pippi in den Augen. Und das ist wirklich ganz nett. Und was ich ganz schön finde, ist tatsächlich, sie haben nicht dieses Thema nur aufgegriffen für den ESC. Ach ja, und wir setzen uns ein für Flüchtlinge, sondern sie halten das auch nach. Und halten dann jetzt irgendwie tatsächlich auch zu der Kleinen und auch zu der Mutter von der Merci auch wirklich dann auch Kontakt. Und haben das und kümmern sich da jetzt auch drum und nicht nur irgendwie halt, oh, damit man da irgendwie beim ESC irgendwie nochmal extra Punkte bekommt, weil man sich ja jetzt für diese Thematik einsetzt. Und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie auch ganz nett. Verlinken wir euch auch nochmal dann in den Shownotes. Gibt es irgendwas, Becci, was du noch zum ESC noch irgendwie einbringen möchtest, was du uns noch sagen möchtest? Nee, nichts Konkretes. Also ich freue mich sehr darauf, dass das dann nächstes Jahr in Israel ist. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir was Peppiges schicken und nicht so eine Ballade dieses Jahr. Ich habe Lust auf ein, auf ein tanzbares Lied. Aber wir wollen nicht netter kopieren. Nein, 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 das meine ich nicht, das meine ich nicht. Aber, aber ein bisschen was, was Fetzigeres darf sein dieses Jahr. Gut. Okay. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Also nähere Informationen könnt ihr über escgreenroom.de abfragen. Da haben wir auch die beiden Kontaktdaten auch von Dennis und mir, aber dann eben heute auch in der aktuellen Folge ESC Greenroom 21. Dann auch nochmal die Kontaktdaten von Becky, damit ihr mit ihr sonst auch noch in Kontakt treten könnt. Du bist ja auch noch im Podcast-Land unterwegs. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Erzähl doch mal kurz, was du, an welchen Podcast-Projekten du im Moment gerade arbeitest. Ja, ich bin ein Teil der KulturpessimistInnen, wo wir Filme und Serien mit, aus einer emanzipatorischen Perspektive heraus besprechen. Sehr ausgiebig, sehr lang immer. Dann habe ich ein eigenes Projekt, das heißt Reichlich Randale, das immer mal wieder mit den unterschiedlichsten Sachen gefüllt wird. Öfter auch mal so politische oder feministische Rants. Dann bin ich Teammitglied bei Akte Aurora, einem Rollenspiel-Mitmach-Podcast mit Zeitreisen und Krimi und super spannend. Bin bei der Geschichtenkapsel dabei und dann kürze ich an der Stelle mal ab. Wir hören gerade noch mit einem Projekt auf, den Cinematic Smash Brothers, einem Debattierfilm-Podcast. Also so eine Art Debattier-Show, wo wir uns die Argumente um die Ohren hauen. Und da haben wir am 10. November in Berlin das große Live-Abschluss-Event, wo alle vorbeikommen können. Wo wir auf der Bühne mit zwölf der 50 KandidatInnen, die dieses Jahr so dabei waren, eine große Abschluss-Show gestalten werden. Also Live-Podcast. Sehr cool. Sehr, sehr cool, ja. Das ist dann irgendwie. Becci, dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir bedanken uns bei dir. Ich auch. Also du hast uns einen ganz tollen Input jetzt zu Tel Aviv gegeben. Und auf jeden Fall werde ich da jetzt auch gespickt auch sehr gerne in dieses Land reisen und werde dann mal berichten, wie ich es gefunden habe. Gerne. Ja, da wünsche ich dir natürlich ganz viel Freude und spannende Erfahrungen bei. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen Mittag, was wann auch immer ihr uns hört. Und wir verabschieden uns von euch und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Lehydrat wird Tel Aviv. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020